es ist nur die frage wie ich jetzt anmacher switch prime settings post subscriptions schnitzel chill ich wohin zu verni also kirkupol oder was da unten ist immer voll viel los also was jetzt gelb oder nicht gelb blau ist nicht chillig so so also witzigerweise meinte das mein amazon account verbunden wäre bei twitch das heißt also wenn ich jetzt tot bin was ja meistens bei mir immer schneller passiert als bei den anderen dann werde ich mir das mal in ruhe angucken ja weil wie gesagt ich mache einen ruhigen ja ich komme dann schon zu euch aber ich dachte mir ich nehme das haus weiter vorne dann kann ich mir erstmal eine waffe holen bevor ich in den scheiß reinlaufe in dem ihr jetzt rum hängt ja 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 das war ich mit dem schalldämpfer für eine ar lasse ich liegen schmeiße ich in busch oder so ja 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 ist wo geht denn der drop runter mit einem meer oder was Fey der ist im süden deswegen meine ich das sie doch so aus so von entfernungen musste doch im meer runter gehen oder Geil, ich habe einen zweiten Suppressor Ja, ohne Scheiß Ich merke irgendwie Ich merke irgendwie so Man kann euch mit einem Schalldämpfer gar nicht locken Weil ich zwei habe Nein Ich habe nur zwei, Entschuldigung Falls du bei Smo in der Nähe bist Da gibt es einen Zweier Rucksack Direkt bei mir Ich mache eine Markierung Bei Gelb Zweier Rucksack Bist du jetzt zum Drop gefahren, oder was? Coole Aktion Zu oft Ne Also bei mir Das war jetzt bei mir kein Witz Also ich sterbe in fast jeder Runde als Erster Außerdem Außerdem gehe ich allen Leuten damit auf den Sack Dass ich, wenn ich nicht sterben will Sehr lange mit dem Auto rumfahre Das ist bei mir die Garantie zu überleben Ich kann schießen wie ein Held Ich treffe nur nichts Siehste, da fängt es ja mich schon an Nee Bei meinen Stundenzahlen ist ja nichts besser geworden Also deswegen Ich halte mich aus ziemlich allem raus Also M249 So Säge Aber was willst du mit dem 15-fach auf der Säge? Macht Sinn Du schießt einen Also machst du den zweiten Schuss Und guckst nur noch in den Himmel, oder was? Ja, wozu hast du sie dann? Wenn die genauso ist? Ja, aber dann ist sie Leute Er hat gesagt, die ist genauso wie eine Dann macht es ja keinen Sinn Sie zu haben Mensch Ich bin schon klar, dass sie 15 Schuss hat Hat irgendjemand von euch ein Snipergewehr? Ich hatte ein 8-fach Scope Also wenn einer das 8-er will, sagt Bescheid War jemand schon in dem Café? In dem Deiner? Ja Braucht jemand die VSS? Bei gelb ist er Ich habe einen Schalldämpfer für dich Denk dran Also dann wäre es definitiv besser als die VSS Dann wäre ich das Bist du, ähm, also nutzt du Twitch insgesamt öfter oder hast du es nur wegen dem Loot jetzt gemacht? Weil mich würde interessieren, ob du irgendwie leichter die Settings machen kannst, was du, also dass du schneller umstellst, sozusagen so Presets mäßig, was du gerade streamst. So, wer von euch wollte jetzt das Afterscope? Ja, ich wollte gerade sagen, ich ist nicht so hilfreich, wenn ich euch nicht kenne. Ja, du warst gerade bei mir. Ich kenne mal ein Snipergewehr. Also wenn jemand noch eine Vektor findet, die er nicht will, dann würde ich mich freuen. So, äh, Felix, was ist bei dir? Bleib mal im Haus, wegen dem Achter. Also, da liegt ein Achter und ein Dings, ein, wie heißt das, ein Suppressor. Direkt bei mir. Bei Small, gelbe Markierung. Mitten im Wohnzimmer. Schön. Ich könnte auch ein First Aid Kit gebrauchen, da würde ich mich freuen. Nö, ich habe 100 Schuss, ich schmeiß gerade weg. Ne, ich habe 1, danke. Ich bräuchte, ich bräuchte noch mal das Holo 2 Stück. 18 Jahre 2 Stück. was ist denn ein schwarzer aussatz okay 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 Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst dieses Ding, was die Bullets zusammenhält, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was du meinst. Also mich würde nur noch ein Vektor interessieren. Also mich würde nur noch ein Vektor interessieren. Also mich würde nur noch ein Vektor interessieren. Das ist wieder so eine geile Übersetzung wie Lager. Ich denke nicht, dass das Ding in Deutsch wirklich Luftklappe heißt, oder? Ja, was soll denn das für eine Klappe sein? Also ich weiß es nicht, ich kenne mich da jetzt mit Schrotgewerden jetzt nicht so aus, aber ich bin sicher, das Ding heißt irgendwie anders. Irgendwo Seiten. So, mal seid ihr schon losgelaufen, oder was? Ihr seid doch voll weit weg. Na, Ego und ich zum Beispiel. Also nur so als Ansatz. Dann lasst uns doch links langlaufen, die Küstenstraße, da stehen immer massig Autos. Ne, da bist du voll das Opfer, weil du kommst am Strand an und kannst, hast nirgendwo Deckung. Ja, das ist eine geile Deckung. Ja, ich muss gerade mal umsortieren, dann mache ich das. Schüsse von mir aus gesehen im Norden, Nordosten. Ja, sollte für uns jetzt nicht problematisch werden. Ich glaube, ich habe einen Jeep, aber ich weiß nicht, ob der fahrbereit ist, aber ich meine schon. Ich habe einen Jeep. Hilf mir nochmal, was meinst du mit zu mir? Felix, oder was? Soll ich euch mitnehmen, Ego? Ego, willst du mit? Was hast du ja gerade eben gesagt, es soll stehen lassen, was denn jetzt? Was ist noch? Was ist noch? Vielen Dank. Du fährst jetzt nicht wirklich damit rein, oder? Gut. Weil dann schnappe ich mir nämlich das Auto und fahre einmal außen rum. Ja, nix. Ja, nix. Und das... Ja, die nehme ich. Ja, ich muss aber Platz schaffen. Ja, ich sag doch, ich... Ja, bin doch drin. Ach, komm schon. Scheiße. Ich hab was fallen lassen, was ich noch hätte gebrauchen können. Kacke. Reddot oder sowas. Ich hab was. Wo willst du hin? Nicht aus der Zone raus, ne? Ich hab was. Ich hab was. Ich hab was. Die Halle sieht ziemlich leer. Ja, habe ich. Ich habe einen 8er Scope. Warte mal, ich gehe. Emo, lass mich da mal rein. Danke. Also hier drin ist ein 8er Scope, ein Extended Magazin und ein Wangenpolster. Außerdem Flash Hider. Checkregel irgendwas. Hat jemand für mich jetzt noch einen Red Dot oder sowas oder habt ihr keine mehr? Gut. Extended Magazin brauchst du nicht für deine Sniper. Gut, dann nehme ich es wieder mit. Okay. Achso, brauche noch jemand einen AK, sonst schmeiße ich jetzt hier auch rein. Ich habe zwei AKs. Ich habe keinen Red Dot, das ist ja genau das Problem. Okay. 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 Gut, hier gibt es ja wenigstens Deckung. Von links wird geschossen. So. Gut. Schaut gut sein, wie das gut die Häuser hat. Wann da was kam? Entschuldigung. Ja, das ist toll. Schön, dass du siehst, ja. Ja, Osten, wir sind doch ganz woanders. Ja, Osten, jetzt muss es... Das Problem ist, Jungs, wenn ihr uns gesagt hättet, wo wir hingucken müssen, hätten wir auch was helfen können. Das ist... Ja, für die zwei war das jetzt kein Problem, aber so prinzipiell, das war... Linksrum oder was? Ja. 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 Vielen Dank. 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 Mich brauchst du nicht fragen.